Moin moin, liebe ElbkickTV-Zuschauer. Ich sitze hier mit Jascha Kotscha, oder wie vier Marschlandes Obmann Heinzi sagen würde, Jascha Kotschka. Und wir tippen zusammen den 24. Spieltag der Landesliga Hansa und legen gleich los mit der ersten Partie, die heißt Klub Kosovo gegen Bramfelder SV. Ich würde sagen 3 zu 0 für Klub Kosovo. Irgendwelche Spieler, die du kennst? Nee, noch nicht. Noch nicht, das klingt gut. Voran Ohr gegen Barsbüttel ist das nächste Spiel. Da traue ich Barsbüttel was zu und sage 1 zu 2 für Barsbüttel und der Eddy Öhrin, der macht zwei Dinger. Wie macht er die? Einen mit seinem Po und einen Elber. Das klingt sehr gut. Nächste Partie ist VW Lebrücke gegen FC Elasix-Poor. Ein sehr schönes Spiel. Ich tippe auf einen 2-2. Bei Lebrücke macht einen David und bei Elasix-Poor macht Samichak zwei Stück. Zwei Stück? Genau. Und bei Lebrücke Erscherkes, David Erscherkes? Genau, der wird auch, glaube ich, einen machen. Stimmt. Schauen wir mal. Nächste Partie ist SC Schwarzen begegnen SV Altengammel. Ja, ein sehr schönes Spiel. Ist ja auch sozusagen fast ein Derby. Da würde ich sagen, dass SV Altengammel mit 2-1 gewinnt. Torschützen kenne ich nicht. Dann machen wir die nächste Partie. FC Bergdorf 85. Da kennst du aber ein paar. Und bei Pobbüttel, glaube ich, auch. Das ist die Begegnung. Ja, auch ein sehr schönes Spiel. Aber ganz klar Pobbüttel als Favorit. Ich tippe auf einen 1-3 für Pobbüttel. Bei Bergdorf macht Fatih Okur das 1-6. Tor. Und bei Pobbüttel macht Stefan Winkl ein Headtrick. Okur, dein alter Kollege aus GSK-Zeiten. Pauli auch, weiß man Pauli. Kroatien gegen Dersimsburg heißt das nächste Match? Ja, ein ganz klares 0-4 für Dersim. Die Tore macht, weiß ich nicht, da sind zu viele. Die du kennst? Ja, die ich kenne. Irgendeine Mannschaft für dich auch für nächstes Jahr vielleicht? Muss erst mal zu mir kommen und dann kann man weitergucken. Dann kommen wir zur letzten und alles entscheidende Partie ist vorwärts Wacka Bildstedt gegen SC4 Marschlande. Ja, ein schweres Spiel für uns. Aber ich tippe auf einen 0-1 und das Tor in der 90. Mach. Steven Brandt. Sehr gut. Musik 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 Musik